Trailer Workstation. Kurz und knapp. Erklärt. Hier noch ein kleiner Tipp für die TWS. Und zwar manchmal ist es ja so, man hat eine Position in einer Option und weiß jetzt, okay, die läuft bis zum so und sovielten. Aber man weiß nicht genau in wirklichen Tagen, wie ist denn die Restlaufzeit? Also sind das noch 10 Tage, sind das 20 Tage? Oder wie ist es denn genau? Man kann das jetzt über eine Webseite nachschauen. Aber es gibt auch jetzt einen einfachen Trick. Hat uns ein Coaching-Kunde verraten. Also wir lernen auch immer noch dazu. Und zwar folgendermaßen. Ich habe jetzt mal hier einfach genommen eine Option auf Colgate Palmolive. Einfach einen Put. Und wenn man jetzt hier mit der rechten Maustaste auf die Option, drückt, dann kommt hier der Punkt analytische Tools. Und wenn man jetzt auf analytische Tools auf Performance Profil klickt, dann erscheint hier dieser Performance Graph. Und hier in der Mitte Da steht jetzt, wie viele Tage Restlaufzeit die Option noch hat. Das heißt, es wird das aktuelle Datum angezeigt. Und dann hier eben bis zum 18. Dezember. Wie viele Tage Restlaufzeit sind das noch? Also in dem Falle 23 Tage. Also wieder ein kleiner Trick, mit dem man gut etwas machen kann. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dann. Servus. Bye, bye.